Thomas Gottschalk in hitzigem Streit mit Besucherin auf Buchmesse Der Zwischenfall auf der Buchmesse ereignete sich, als Thomas Gottschalk von einer Besucherin auf der Messe angesprochen wurde. Die Besucherin kritisierte ihn für einige Aussagen, die er in der Vergangenheit gemacht hatte, und warf ihm vor, sich nicht genug mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Gottschalk reagierte zunächst überrascht und versuchte, die Situation zu deeskalieren. Doch als die Besucherin weiter auf ihn einredete und ihn persönlich angriff, verlor er die Geduld und begann, sich mit ihr zu streiten. Der Vorfall wurde von anderen Besuchern und Medienvertretern beobachtet und sorgte für Aufsehen. Nachdem die Sicherheitskräfte eingegriffen hatten, wurde die Besucherin aus der Veranstaltung entfernt und der Streit konnte beendet werden. Thomas Gottschalk äußerte sich später zu dem Vorfall und entschuldigte sich für sein Verhalten. Er betonte, dass es ihm wichtig sei, mit Kritik umzugehen und konstruktive Diskussionen zu führen, aber er habe in diesem Moment die Beherrschung verloren. Er werden wir uns in dieser Veranstaltung. Er wird bereits einireser, die Beherrschung und wird nicht die Beherrschung verloren. Es hat mich nicht in der Veranstaltung. Das ist aber es war, dass es nicht in der Veranstaltung wird gehorcht. Oder er wird die Beherrschung geboren.